Schön, dass du da bist. In diesem Video geht es um ein Thema, das dir helfen könnte, wenn es gerade in deinem Leben Thema ist, da zu sein mit deiner Wahrheit, dich zu zeigen, mit dem, was dir persönlich wichtig ist, egal was andere von dir denken. Und zwar geht es um das Thema, ich nehme mich zurück, weil ich Angst habe, andere zu verletzen. Und da steckt ein Irrtum drin oder eine Sache, die ein bisschen tricky ist, würde ich mal sagen. Der Punkt ist, ich kenne es selbst sehr gut und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich mich oft zurücknehme, um bei anderen keine unangenehmen Gefühle hochzuholen, also an die Oberfläche zu holen. Das heißt, sie sind schon da. Nichts auszulösen. Was ich damit mache, ist einen Kompromiss einzugehen. Das heißt, ich bekomme mit vielleicht, oder ich stelle es mir vor, wenn ich jetzt das anspreche, da wird mein Gegenüber jetzt nicht gerade liebevoll reagieren oder da löse ich halt was aus. Das heißt, da sage ich seinem Verstand etwas, was er vielleicht nicht hören will. Und in dem Moment, wo ich mich zurücknehme, gehe ich einen Kompromiss ein. Ich stehe nicht zu meiner Wahrheit, ich nehme meine Wahrheit zurück. Und mein Gegenüber erfährt es wahrscheinlich genauso. Das heißt, wenn auch unbewusst, ist da was, das ist nicht ganz stimmig, das ist nicht ganz rund. Und eigentlich wäre es mal an der Zeit, dass das an die Oberfläche kommt. Zumindest, wenn du in irgendeiner Form in der Beziehung mit dieser anderen Person bist. Sonst kannst du natürlich jeden machen lassen, was er oder sie will. Ja, in dem Moment, wo ich das also anspreche, gibt es einen Raum, wo sich das klären kann. Aber das ist dann auch nicht unbedingt meine Verantwortung, sondern ich kann einfach mit mir da sein. Ich kann Verantwortung für mich übernehmen, sagen, wie es für mich ist und meinem Gegenüber die Freiheit zu lassen, damit zu machen, was er oder sie machen will. Ich weiß, es ist nicht ganz leicht. Also ich hatte schon alles bis hin zu schwitzige Hände und gezittert vor Angst und weiß nicht was, wenn ich mal Sachen klarstellen wollte oder meine Perspektive einbringen wollte, wenn was nicht ganz rund war. Wenn sich was nicht ganz wahr angefühlt hat, nicht ganz echt. Und da gibt es auch nicht unbedingt einen Ausweg, außer, dass ich mir dann bewusst mache, dass es nicht mutig ist, zu handeln, weil man keine Angst mehr hat, sondern Mut ist für mich zu handeln, obwohl Angst da ist. Und das ist immer wieder das Gleiche. Ich meine, dann sind die Hände halt mal schwitzig oder dann habe ich halt Herzrasen oder was auch immer. Aber es ist so eine Erleichterung, Dinge zu klären und für dich einzustehen. Ich hoffe, du kennst das Gefühl. Ja, das einfach für heute. Wollte ich mal mit auf den Weg geben. Ich hoffe, es unterstützt dich. Jetzt können mir ganz viele fliegen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich freue mich wie immer von dir zu hören. Und alles, alles Liebe.